Nein! Schon wieder der gleiche Fehler. Ich muss beim Nahkampf bitte merken, Gags nicht über Kimme. Feindliche Drohne über uns. Warum hast du denn auf der PS4? Wir gewinnen! Weil ich halte nichts von Controller und Shooter. Das kann ich nicht. Damit bin ich nicht aufgewachsen. Seit 28 Jahren oder 26 Jahren zocke ich. Da ist er auch. Zwei Stück. Zocke ich Maus und Tastatur. Controller ist für mich nicht für den Shooter gedacht. Kann ich einfach nicht. Würde ich auch gar nicht. Muss doch nicht sein. Und ist es auch billiger am PC. Konsole 70, 80 Euro, PC 35 oder so. Ist dann einfacher für mich. Ich weiß noch, wenn ich so viele Spiele zeige. Was ist denn hier? Ich dachte... Was tickt denn da so? Wow. Ich höre irgendwas ticken. Bin ich schon ganz verwirrt? Von wo denn? Von wo denn? Auf der Karte zeigt es hier an. Genauso macht man das. Zurück zur Basis. Gags, du musst mal wieder was rücken. Ich bin nicht immer so hektisch. Naja. Wäre mir auch lieber. Nachdem ich schon wieder seit 3 in der Früh wach bin und den ganzen Tag unterwegs war und viele Schmerzabletten interessiert, wäre es mir lieber. Aber es passt. Es ist ganz cool. Es ist noch okay momentan. Hey, ist meine beste Statistik. 8, 9. Geht ja noch. Mal gucken, wie sich noch entwickelt in der Woche. Werde aber auf einer der Haare zocken. Also wir haben ja unsere Gilder erstellt hier. Auf 3, du Bock hast. Weiß nicht, ob du schon einen geboostet hast oder nicht. Gags, es ist doch besser, dann noch... Ja, du musst auf jeden Fall früher einloggen. Ich sag mal, wenn du 0 rauskommst, du loggst halt gegen 18 Uhr ein oder so. Ich glaube, es muss den Spionieren kommen. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist jetzt vorbei. Ja, sorry, Platin. Ich zocke ja doch, Shooter, wenn dann auf... Achso, du bist wieder weg. Ja, okay. Laut Protokoll. Gut, dann kann ich mir einfach zu sparen. Nee, die werden nicht down gehen. Bei MOP war es ein flüssiger Übergang. Du konntest Punkt 12, ist eine Quest zugeschoben worden und du konntest sofort loslegen. Die werden nicht down gehen. Die werden ein paar Tage davor down gehen und das alles vorbereiten. Aber am Release-Takt dann nicht mehr. Oder ist live. Oder ist lauf vor so hot. Ja, natürlich. Ja, klappt ja ganz gut so mit der Kombination, was mir... was mir gesagt wurde eben. Wäre halt cool, wenn wir dann... Weiß ja nicht, ob wir morgen oder so einige von euch das Spiel haben und vielleicht zusammenspielen können. Da gibt es ja, glaube ich, noch andere... Modi. So, prepare to fight. Three. Two. One. Fight. Fight. Fight for the lead. Fight for the lead. Fight for the lead. Fight for the lead. Jawoll, Sentinel. Da oben ist schon einer. Mich sieht man hier auch, ne? I've taken the lead. Such a sack. Soll ich ein sack, oder? Hey, der mit seinem Pischstrahl da. Motherflower. Piss hier mal angenommen. Aber nicht mein Bro hier. Wow. Was ist denn das hier? Gut, dass in der Strahle verraten, wo er steht. Jetzt hätte ich ihn ja nie gesehen. Ich finde, der Map erkennt man schon schwer, die Enemies, die Gegner. Wow, da war einer, da war einer. Aber wenn einer da pisst, dann geht man dem Piststrahl hinterher. Da. Da war doch... Was ist denn das? Rauchgrenate? Oh, da ist einer gejumpt. Kann das sein? Oder war das... Oh, das ist eine Fata Morgana. Müsste dann hier auftauchen. Genau. Yay, what the heck? Da pischt man. Von wo kommt denn der? Ach, boah, da sind ja mehr... Oh, scheiße, da waren gleich zwei Leute. Ne, ich misch nicht an, ich misch immer Quake mit rein. Bei Quake 3 hat immer recht hier. Brauchst du nicht? Das ist so. Zack, zack. Achso, weiß ich nicht. Volt, ey. Schau erstmal, wie es mir geht und wie ich Bock habe. Du musst ja hier trainieren, musst ja üben. Ich habe elf Jahre kein... Ich wollte eigentlich G drücken, um sie in Gnade zu werfen. Was habe ich gemacht? Ich habe nachgeladen. Das failed, das failed. Wenn ich jetzt einen Kopfschluss mal mache, dann sage ich Excellent. Du bist ja doppelt. Und wenn ich so sich eigentlich accuracy sagen. Wow. Königstöter. Ich finde es halt heftig, wie geil die Granate schießt. Normalerweise musst du immer so hochwerfen und den Winkel mit berechnen. Der müsste doch hier rauskommen, oder nicht? Kaltblütig. Mach ich auch. Mal verschießen, der. Ist da einer auf der anderen Seite? Sack, hast Bro getötet. Wow, wow. Ich hätte einfach weiterschießen sollen. Ich hätte einfach weiterschießen sollen, hier. Und wie immer, was mache ich immer? Kimmeln Korn, wenn er einen Meter vor mir steht. Und dann gucke ich dumme in der Gegend rum. Hallo. Tag. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, Sarah. Du kennst mich ja nur mit Shootern. Aber ich zog ja eigentlich für alle paar Tage was anderes. Außer es ist gut. Ey, hör auf mich anzupinkeln. Joi. Schon dann. Mit seinen Fischstrahlen hier. Maser of Laura. Wir haben den Portal verloren. Ja, habe ich vor Alpina. Aber bis jetzt haben die Leute das Spiel noch gar nicht. Ich möchte eigentlich immer mit euch spielen. Haben wir auch bei Evolve gemacht, aber... Morgen ist ja, glaube ich, erst der Release. Oder heute ist ja nur Day One. Alter, ach, das sind beide gewesen. Habe ich jetzt seit 10 Jahren sowas nicht gezockt hier, Sarah? Und jetzt, gerade dann kommst du dann bei sowas. Weißt du nicht. So, ich kann doch hier. Sollen wir wieder ein bisschen hier fokussieren. Da war einer. Wow, feindlicher Raketenschlag. Wo denn? Da hinten links. Oh, scheiße, nachladen. Hör auf mich an zu pinkeln. Alter, mit deinem Fischstrahlen. Joi, können wir dann kommen wieder von vorn. Ja, okay, ich kriege es auch erst am Sonnastag für PC. Ja, also wer das Game hat, kann sofort mitzocken, kann joinen. Kann auch mit mir das wegquatschen. Wäre halt schon geil, wenn man es hier ein bisschen verständigen könnte. Besonders für mich wäre es eine Riesenhilfe, da ich wirklich noch ziemlich, sagen wir mal, im Skill minus 20 bin. Oder minus 50. Wir verlieren diesen Kampf. Wenn nicht 51. Der mit seinem Fischstrahl, Alter. Das gibt es doch nicht. Jetzt taucht der andere vor mir auf, ey. Du hast ja vielleicht gesehen, Sada, hier unter dem, du bist ja vom PC bestimmt da. Unter dem Stream sind ja viele Spiele, die ich gespielt habe, oder noch spielen werde. Da ist aber eins dabei, was du sagst. Hey. Dann schaue ich nicht nur wegen Gags zu, auch weil das Spiel mir gefällt. Aber es ist wichtig, dass du es wegen mir zuschaust. Vor allem Schleim hier, der Gags. Ich wollte mich hier rechtfertigen. Von einer Person, die ich gar nicht kenne. Schönes Hotel hier. Hier können wir buchen. Wow, wow, mit seinem Fischstrahl. Bitte was? Hello Kitty Online. Mit dir zusammen. Da müsste es sicher erst schon da um den PC. Oh. Das wird aber auch böse. Ist so, als ob ich ja Konsole zocken würde. Am Anfang hat es so gut angefangen, als habe ich wieder so viel Blödsinn gemacht hier. Aber eh. Wie? Hi. Ich muss eben eine schnelle Schlussfolge haben. Genau sein. Okay. Schönen an hier. Ist immerhin ein MMO-RPG, okay? Ja, schade, hat gut angefangen, aber dann sehr nachgelassen mit dem Pischstrahl hier. Der hat ja voll gemalt hier ein Graffiti an die Wand, der Typ. Meinst du nicht, dass wir schon genug MMO-RPGs hier hatten? Aber gut, ist ja alles neu. Hat es ja gar nicht die anderen gesehen oder so. So, was haben wir denn hier? Ich schaue mir die Statistiken hier an. Sind die wichtig, muss ich mir die anschauen? Ist eigentlich egal, oder? Ich warte halt einfach. Ich mache halt einfach Schieß ab und so gut ist. Das ist ja nicht die Statistiken. Kann ich ja im Nachhinein eh nichts ändern. Behaupte ich jetzt einfach mal hier. So, noch 5 Sekunden geht es weiter. Ich spiele lieber Hello Sarah. So viel cooler. Wie hat das Ziel jetzt nochmal runter? Noll, war das nicht eben schon mal? Instinct Team Deathmatch. Das extra kugelsichere Westen erhöht den Widerstand gegen Explosionen. Achso, nur Explosionen wie bei Granaten, aber gegen normale Schüsse gar nichts. Ja gut. Hey 83er, Servus Christi, Euler. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Hier meine ersten Gehversuche in einem Call of Duty oder im ersten Militärshooter ever. So, prepare to fight in 3, 2, 1, Fight. You're tight for the lead. Na ja, alle nicht, aber vielleicht schaffe ich einen Kill. Wie, was, warte? You've lost the lead. Das gibt's doch gar nicht. Hat mich so ein Motherflower von oben schon wieder abgeschossen hier. Das ist ja fix, ne mei. Later und later. So, das ist das. Beste Spiel, was, äh, Hello Sarah. Ja, Hello Sarah online. Aber nee, das können ja viele spielen. Nur ich, nur ich, nur ich, nur ich will das spielen. Erstmal ein Schluck Wasser neben mir. Ah, ah, okay. Weiter geht's. Da sind mehrere hier. Die kommen bestimmt hier raus. Da ist einer. Aber bis ich den See, sieht der mich zweimal, wenn ich bin tot. Ja, da sind drei Stück hier. Lara, wewe. Alles super, hoffe ich bei dir auch. Jo läuft. Etwas müde bin schon seit 300 früh wach, aber passt schon. Ich bin ja immer übermüdet. Anders kennt ihr mich ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht hier. Das gibt's doch gar nicht hier. Lol. Woah, woah. Gibt's doch gar nicht. Schau mal, der kommt rein und schießt mir in Pimmel und tot bin ich oder was? Einfach so hier. Also, wird genauso verplant wie ich geschossen nach unten. Einige Drohne online. Boah, zum Glück ist der gestorben. Nein. Achtung, feindliche Vorräte!